Guten Tag, ich habe ein Einzelzimmer gebucht. Guten Tag, herzlich willkommen im Hotel Sone. Auf welchen Namen hatten Sie gebucht? Auf den Namen Maya, ich bleibe zwei Nächte. Ja, Sie haben das Zimmer Nummer 202 im zweiten Stock. Sie können gerne den Aufzug benutzen. Frühstück gibt es jeden Tag ab halb acht. Wenn Sie noch Fragen haben, ersprechen Sie mich einfach an. Ja, gibt es hier kostenloses Internet? Ja, natürlich. Hier ist das Passwort zu unserem Bilanz. Wenn Sie telefonieren möchten, dann finden Sie neben Ihrem Bett ein Telefon. Wunderbar, vielen Dank. Bis später. Gerne. Wir hoffen, Sie fühlen sich bei uns wohl. Algunos Verbos que aprendimos in este Dialogo. Etwas hoffen. Esperar algo. Ich hoffe, es geht dir gut. Espero que estés bien. Sich fühlen. Sentirse. Ich fühle mich hier wohl. Me siento a gusto hier. Telefonieren. Llamar por teléfono. Willst du telefonieren? Quieres llamar por teléfono? Etwas buchen. Reservar algo. Ich will ein Zimmer buchen. Quiero reservar una habitación. Der Stock. El piso. Der Aufzug. El ascensor. Das Telefon. El teléfono. Das Bett. La cama. Ok, amigos. Si les gustó este video, no olviden en compartirlo y suscribirse a su canal Cosmopolitan World. Alguna duda o sugerencia, pueden dejarla en los comentarios. Y nos vemos hasta la próxima. Ciao. Ciao. Ciao.